ja hallo und herzlich willkommen hier da draußen zurück zu der simpel story hat der schicksalsschlag aber wir haben es geschafft sie aus der trauer zurück zu bekommen schaut aus wie ein tor schauen wir mal wo es uns jetzt hin verschlägt welche zeitspanne ob wir doch noch eine familie kriegen oder ob wir eben jetzt kinderlos bleiben und wo es jetzt weitergeht mal gespannt wie alt wir jetzt sind ok wir leben wohl noch in unserem haus das wir gebaut haben das herbst ist herbstlich wie es hier ausschaut mal schauen ob wir jetzt annähernd alle finden es ist zumindest herbst und wir leben noch im gleichen haus mal schauen was passiert ist da hinten ist eine erinnerung wird hier irgendwie unser heim verlassen wir sind noch alleine wir sind schon alt ja wir sind wohl kinderlos geblieben ja wir haben schon einen weißen bart jetzt schaut schon so aus wie wir jetzt ausschauen ja ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Es wird Winter Alt Das da oben, ist das unser Haus, sind wir das wieder? Und das da oben, ist das unser Haus, sind wir das wieder? Ich habe gehört, dass er, nein, dass er wohl erfriert Ja Oh, ich glaube, wir sind es schaffen Aber wir müssen zu dem Licht, zu dem Feuer Scheiße Das schaffen wir ja gar nicht Dann schauen wir uns das mal so an Ja, wir sind schon bei der Kraut Okay, wir müssen uns wohl von Licht, zu Licht, zu Feuer, zu Feuer durchschlagen Um nicht zu erfrieren Oh nein, verdammte Hölle Oh Gott, das wäre ja richtig schwierig Was soll man denn da rüberkommen? Oh Gott, da rutschen wir auch noch rum, wie verrückt Oh Scheiße Ach komm Leute Ach Oh Gott Oh Gott Oh Untertitelung des ZDF, 2020 Da komme ich natürlich wieder nicht hoch. Pui, das war knapp. Oh jee. Oh jee. Oh jee. Nein, was machst du denn für einen Scheiß? Bleib doch einfach stehen. Oh jee. 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 Ich frau mich gerade ob wir da runter müssen und ob da unten eventuell eine Erinnerung ist. Weiß es nicht. Nein, das überleben wir nicht. Okay, trotz hohem Schnee. Auch das überleben wir nicht. Ich hasse es. Ja. . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben bis jetzt echt alle gekriegt, ich glaub's nicht. Okay, wir gehen in den Wald, Pilze sammeln oder Bären oder sonst irgendwas. Denk ich mir, oder einkaufen im nächsten Dorf. Oh je, ich hab irgendwie kein gutes Gefühl. Okay. Okay. Komm' wir denn da rauf? Oh nein. Oh nein. Oh, eine Höhle. Okay. 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 Oh Gott. Da hinten ist wieder unser Haus. Die nächste Erinnerung führen wir wieder am Haus. Wir laufen jetzt quasi irgendwie immer im Kreis, wenn man das so sagen kann. um eben immer wieder an unserem Haus vorbeizukommen und dann zu sehen, wie es weitergegangen ist, ist unser Leben. Ja, da unten. Oder ist das von vorher? Ich weiß es nicht. Auch nicht. Nee, schon die nächste Station, der nächste Abschnitt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, jetzt schauen wir doch mal, ob da noch irgendwo eine Erinnerung ist. Bis jetzt sind wir echt gut, bis jetzt haben wir wirklich alle gefunden. Hier ist nichts, ne? Da ist eine, siehst du? Ah, das geht zu schnell weg. Was haben wir denn da entdeckt? Auf jeden Fall irgendwo etwas Erfreuliches. Und... Oh, oh. 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 Oh jeez. Es schaut so aus, als würden wir mit beiden rüberkommen. Mit viel und mit wenig Schnee. Ich habe es gesehen, schon beim Absprung. Ich habe schon beim Absprung gesehen, dass das nichts wird. Okay. So, lasst uns mal schauen. Welcher Weg ist besser, gell? Ich würde den hier nehmen. Nein, nicht! Oh, verdammt doch mal, Junge! Was tust du? Oh! Wir haben tatsächlich die letzte Erinnerung hier gekriegt. Okay, wir ziehen los mit einer Fackel. Warum? Unser Haus ist da unten. Wir haben irgendwas eigentlich ja erfreuliches gesehen. Hat zumindest so ausgesehen in dem letzten Bild. Ich komme jetzt von hier rüber. Und dann müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen, Leute. Okay. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Ei, 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 ei. Wir hängen fest, wir hängen fest. Springt raus. Wir hängen fest, wir hängen fest. Okay, da drüben ist wieder unser Haus. Das ist der nächste Abschnitt. Und da ist keiner mehr, oder? Nee. Wir kommen zurück. Das schaut jetzt aber nicht so gut aus. Was ist mit ihr? Ist sie krank? Ach, geh. Ja. Ich kann euch, dass wir hier raus haben. Vielleicht ist er nicht so gut aus. obwohl es aber weit die leute ist da oben rauf ok jetzt müssen wir bis da ganz dahinter wo es ist wasser wo es habe ich nicht gesehen ok wir müssen über den see rüber was sieht gar nichts wegen schneestürm hier ok gut das ist der komplett falsche wege müssen ok 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 ist ja gut oh scheiße wie kommen wir denn da rauf ok das schaffen wir nicht wir müssen da oben rauf nur wie wir schaffen es nicht wir schaffen es nicht wir müssen da oben rauf und dann da oben rüber springen aber wie kommen wir darauf aha oh nein nicht schon wieder warum sind jetzt wieder da war 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach Gott Junge hatte kein gutes Leben Oder kein schönes Leben So viel Verlust Mehr Verlust als Freude Bisher Diese komischen Geister Alles klar Also dann beim nächsten Mal schauen wir mal Wie weit es noch geht Ich glaube wir sind bald da Wie es ausschaut Bald kann es nicht mehr sein Ich hoffe ihr seid noch mit dabei Und dann wird es interessant Was noch kommt Und Bis wir hier oben diesen Gipfel erreicht haben Bis dahin macht es gut Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.